Best for Soil – Gründüngung und Zwischenfrüchte – Vor- und Nachteile Hallo, ich bin Vincent und ich forsche viel zum Einsatz von Gründüngung zur Bekämpfung bodenbürtiger Krankheiten. Deshalb kenne ich gut die Vorteile, aber auch die Nachteile dieser Methode. Diese werden in diesem Best for Soil-Video vorgestellt. Die Auswirkungen von Zwischenfrüchten und Gründüngern sind nicht spezifisch und können eine Vielzahl von durch den Boden übertragenen Krankheiten gleichzeitig betreffen. Da sie keinen spezifischen Wirkmechanismus haben, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Krankheitserreger oder Nematoden Resistenzen gegen diese Ansätze entwickeln. Es ist eine natürliche Methode und daher weithin akzeptiert, insbesondere von Verbrauchern und Umweltorganisationen. Bei Fruchtfolgen mit einer dominierenden Gruppe von Pflanzenarten, zum Beispiel mehrere Prassika-Arten in einem Gemüseproduktionssystem, können Zwischenfrüchte oder Gründünger als Zwischenfrucht verwendet werden, die diese Fruchtfolge unterbrechen und dadurch die Belastung durch bodenbürtige Krankheiten verringen. Eine Zwischenfrucht ist eine Kultur, die nicht träger der gleichen Krankheiten wie die Hauptkulturen ist und unterbricht dadurch den Krankheitszyklus. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Best for Soil-Video zur Fruchtfolge. Mit schnell wachsenden und tief wurzelnden Pflanzen kann der im Boden mineralisierte Stickstoff in den warmen Sommer- und Herbstmonaten fixiert werden. Dies reduziert die Nitratauswaschung in das Grundwasser während der Winterperiode. Zwischenfrüchte schützen die Bodenoberfläche vor Wind und Regen und reduzieren die Erosionsgefahr erheblich. Sie verbessern auch die Wasserinfiltration, was besonders bei starken Regenfällen nützlich ist. Darüber hinaus stabilisiert das dichte Wurzelsystem der Zwischenfrüchte den Boden, was in Hanglagen besonders wichtig ist. Das Bedecken des Bodens im Winter ist eine gesetzliche Verpflichtung, die als Greening bezeichnet wird. Mit der richtigen Wahl der Deckfrucht kann dies sehr nützlich sein, um die Bodengesundheit zu verbessern. Im Vergleich zu anderen Kontrollmethoden wie der Dampfsterilisation oder dem Einsatz von Chemikalien ist der Einsatz von Zwischenfrüchten in vielen Fällen günstiger. Gründünger und Zwischenfrüchte geben leicht verfügbare Nährstoffe an den Boden zurück. Zwischenfrüchte, die angebaut werden, um Nährstoffverluste, insbesondere Nitratverluste, zu vermeiden, helfen Geld zu sparen, da weniger Dünger auf die folgende Kultur angewendet werden muss. Das Wachstum von Zwischenfrüchten verbessert die Bodenstruktur. Tiefwurzelnde Arten mit starken Pfahlwurzeln, zum Beispiel Brassikerpflanzen, verbessern die Infiltration durch Wasser und verringern dadurch den Verlust von Regenwasser durch Abfluss. Selbst eine schnell wachsende Deckfrucht benötigt im Sommer mindestens zwei Monate Wachstumszeit, im kühleren Teil des Jahres noch viel länger. Während dieser Zeit können keine Früchte geerntet und verkauft werden. Bei bestimmten Zwischenfrüchten wie Ringelblumen oder manchen anderen Sorten kann die Verfügbarkeit von Saatgut ein Problem sein und sollte rechtzeitig geplant werden. Wenn ein Landwirt eine neue Zwischenfrucht anbaut, kann fehlendes Wissen über die Kultur und der fehlende Zugang zur richtigen Sähtechnik ein wesentliches Hindernis für die erfolgreiche Etablierung der Kultur sein. In einigen Ländern gibt es Vorschriften, die die Einbringung von Gründüngungsbeständen einschränken oder auch Einfluss auf andere Aspekte der Bewirtschaftung haben. Zwischen Begrünungen und Gründüngung können auch Wirtspflanzen von bodenbürtigen Krankheiten oder Nematoden sein, die auch die in der Fruchtfolge angebauten Hauptkulturen infizieren könnten. In solchen Fällen wird es vorhanden sein und die Belastung von durch den Boden übertragenen Krankheiten erhöht statt verringert. Wenn Zwischenfrüchte vor der Samenbildung nicht entfernt oder eingearbeitet werden, können sie selbst zu einem Unkrautproblem werden, insbesondere bei Grasarten. Die Best-for-Säule-Datenbanken für Wirts- und Nicht-Wirtspflanzen von Krankheitserregern umfassen auch ein breites Spektrum an Zwischen- und Gründüngungsarten. Dies ermöglicht den Landwirten, sie in der Planung solider und robuster Fruchtfolgen einzubeziehen. Die Best-for-Säule-Datenbanken für Wirtspflanzen